Ich denke, so wird es jetzt erstmal schon mal besser laufen. Jetzt wo hier nur die ganz schnellen drin sind und schnellere Ärmchen und so weiter. Liegt sich das hoffentlich bald? Nicht wirklich, oder? Ja, und Roboter sind auch wieder alle ausgelastet. Was mich daran erinnert... Freiheit. Konstruktion-Bots waren das, richtig? Richtig. Jetzt brauche ich noch langsame von euch. Langsame, langsame. Langsame. Mach, schnellere. Warum habe ich... Oh. Es gibt wieder ein Problem bei den roten Chips. Och, ihr wollt mich doch alle veröppeln. Läuft alles flüssig. Es können schneller laufen, aber... Wie schaut es mir in anderen Sachen aus? Also Plastik, grüne Chips und Draht. Plastik ist inzwischen wieder okay. Grüne Chips sind auch okay. 1200. Und ich sehe kein Draht. Wie jetzt. Oh. Die paar Dart-Fabriken kommen nicht hinterher. Okay. Bam. Und bam. Kommt ihr jetzt hinterher? Dürfte ja nicht lange dauern. Ah, ich müsste gerade jetzt rechts schnell in der Liste doch nach oben. Ah, da war es gerade. Und wandert zu schnell, dass ich es sehen könnte. Ah, da ist es. 340, 360. Geht hoch. Okay. Das war es also an der Front. Immer schön, wenn sich die Fehler so leicht beleben lassen. Eigentlich ein bisschen langweilig, aber na gut. Äh, dumm, dumm, dumm. Gib mir... Oh, große Ausbeute. Tauschen wir mal die hier gegen die anderen. Zack, 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 zack. Gut, 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 gut. Rubber schaut auch okay aus. Hat sich da ein bisschen was angesammelt? Nö. Aber meine Forderung ist erfüllt. Das ist schon mal gut. Gib mir das da auch noch. Jo. Oh, wie jetzt? Huss, du bist leer. Warum bist du leer? Ah, es ist nicht gut, dass du leer bist. Wurde irgendeine Stromversorgung gehabt oder so? Ne, würde es doch durchgehend irgendwo. Repairpacks. Ja, okay, stopp, 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 stopp. Also ich muss zu Kupfer 1. Ich muss aber vorher auch dafür sorgen, dass wir Repairpacks haben. Und das erinnert mich gerade an einen Kommentar, der gesagt hatte, dass ich doch mal ganz genau zu den Repairpacks gucken soll. Da ist irgendwas faul. Ich denke mal, ich habe vergessen, das zu beschränken. Nö. Ja, da sind auch Pollution-Module drin, aber das haben hier viele Fabriken. Aber das ist nicht wirklich schlimm. Repairpack. Äh, ist alles okay? Bin mir also nicht sicher, was der Kommentar meinte. Oh, gut. Jetzt zu Kupfer 1. Repairpacks abliefern, die paar Repairbots abliefern. Und dann gucken, warum der Zug da leer kam. Das ist nämlich nicht schön. Ähm. Du warst das andere Kupferding, ne? Ja, warst du. Das heißt, jetzt kann der hier weg. Der hier weg. Und das baue ich mal kurz um. Was? Kurz um. Damit ich es später nutzen kann, um hier noch irgendwo schnell was hinzusetzen. So ein kleines Netzwerk aus diesen Stromärmchen ist ja doch schon recht praktisch. Oh, ha! Was? Okay. Das waren gerade mal 15 Minuten, oder so. Ähm. Und Turret Damage ist fertig. Ja, gleich das nächste. Ähm. Gut. Gut, gut, gut. Komme ich mir klar irgendwie. Weg, weg, weg. Die muss ich jetzt von Hand machen. Irgendwas wird irken. Mal eine Verbindungsstrecke. Aber hier oben ist, glaube ich, nichts mehr Wichtiges. Äh, genau. Und neu setzen. Das ging wesentlich schneller, als ich gedacht hätte. Alter, alter. Okay. Du da, du da. So. Du gehst bis zum Robo-Port fast bis zum Ende. Also die zwei Felder vom Robo-Port. Oder drei. Das ist vier mal vier, ne? Ja, also drei Felder bis da geht's. Das heißt, wir setzen dich mal... So hin. So. Strom erholt sich, weil Tag. Fehlt nur noch da oben die Ecke. Und da setzen einfach die hier hin. Das heißt, jetzt sollte das arbeiten, bis die Basis hier leer ist. So. Das ist krass. Das heißt, in spätestens 20 Minuten oder so. Oder 30. Ist dieser Außenposten leer? Hammer. Also ja, wir haben jetzt einen guten Vorrat. Wir hatten irgendwie 100.000 Roh-Eisen-Ersts und so. Aber krass. Was ich dann machen kann, ist, ich mache den Stopp hier weg. Mach den Stopp da hin. Und baue ich hier das ab. Wobei, muss ich gar nicht, ne? Ich habe doch gerade so viele Tungstenmauern gebaut. Nimm mal, nimm mal das Tungsten. Zerstören mal Bäume. Oh, warte, 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 warte. So, so, so. Ich habe nichts gegen Bäume. So. Also eigentlich habe ich was sehr Gutes gegen Bäume. Ähm. Du, du, du. So. Tungsten. Die da sind ein bisschen verrückt. Machen wir mal bis hier. Wir brauchen dann keine neue Station. Wir machen einfach noch ein Robo-Port hier hinten. Denn das ist gut. Ähm. Ich brauche noch ein Tor. Zing. Was? Achso, es ist nur ein Feld. Äh. Was soll's. So. Äh. Robo-Port, Robo-Port. Und zwar einfach hier hin. Dann kommen... So, Strom. Ja, Strom ist so eine Sache. Hm, 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 hm. Zack. Und... Zack. Äh. Genau so gebaut ist es nicht. So. Dann bauen wir das Eisen hier auch noch ab. Das kommt dann mit dahin. Also fordern wir hier bei allen Kisten auch noch mal... Wo bist du? Da bist du. 1000 Ruhe Eisen an. Shift rechts, shift links, shift links, shift links, shift links. Klick, 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 klick. Nicht mehr gezielt. Einfach nur noch Spam. Sollten alle da gewesen sein. Sollten hoffentlich alle hier gewesen sein. Dann kommen hier Drills hin. Wir haben noch genug Vierer, also warum nicht? Ähm, es kommt jetzt ein bisschen Kohle mit rein. Aber das sehe ich nicht wirklich als Problem an. So. Kiste, Kiste. Hm, zack. Zack. Die Roboter werden jetzt nicht mehr reichen, richtig? Richtig. Dann lassen wir die Roboter hier vorbei. Setz. Bauen wir noch mal einen davon. Ah, gut, 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 gut. Äh, Kristalle. Konnte ich nur abbauen mit den richtig guten Drills. Mit denen hier. Das heißt, ich ersetze mal ganz kurz. Nee, Kupfer ist wichtig. Ja, also ich warte, bis Kupfer weg ist. Dann babb ich den Fünfer Drill. Nee, die Fünfer Drills. Wir haben jetzt ja zwei, was echt super ist. Die zwei dann hier irgendwo hin, dass sie die Kristalle auch noch abbauen. Problem ist jetzt, dass die Türme hier nicht helfen werden. Und, warte, ich hab hier fünf Stück. Ach, was ist denn zu voll? Tun die mal hier so hin. Wenn jetzt wieder vier Könige kommen, haben wir ein Problem, aber kleinen Kram sollten die jetzt inzwischen schaffen. Ein Spucker könnte eventuell auf die Drills hier schießen, aber das sind nur in Anführungszeichen vierer Drills. Ist also vertretbar. Gott. Du wirst jetzt prall gefüllt mit allem möglichen Zeug. Und alles ist wieder okay. Trotzdem haben wir ein Problem. Nämlich, dass wir jetzt zwar auch noch Eisen hier abbauen, aber wir bald keinen Kupfer mehr haben werden. Das heißt, ich hätte gerne das da. Oh, ich stehe nicht auf den Gleisen. Steinmauer wird angegriffen. Ja, ich will das da. Dass das wieder ein schönes Kupferfeld ist. Hat ebenfalls Kristalle. Und es ist halt hier ungefähr auf der Bahnstrecke. Also müssen wir da nicht großartig was Neues bauen. Das heißt, ich schnapp mir jetzt einfach meine trusty Combat Laser Shutgun, zerleg die Basis da. Die hoffentlich nicht allzu groß ist. Ne? Das ist gar nicht so. Das ist ja noch eine Basis. Ich sollte anfangen, mehr Radarschlüsseln zu bauen. Das ist garstig. Ich könnte auch mal einfach ein bisschen durch die Gegend tappern. Fällt mir ein. Also gucken, was für Basen hier jetzt inzwischen. Weil es schon spawnen, weil es sind richtig viele grüne Spucker. Oder ob ich nicht irgendwo ein riesen Kupferfeld finde. Dann könnte ich eine recht lange Bahnstrecke dahin machen. Du zählst nicht als riesen Kupferfeld. Aber hier ist ein Zink vorkommen. Wie viel ist das? So 6, 7.000 Euro. Hallo? Na gut. Wollte ich eigentlich nicht. Na gut. Das geht gar nicht mal. Das ist euer Heimhof. Ah. Also viel zu knapp. Viel zu viel zu knapp. Jetzt muss ich die Basen angreifen, weil noch keine Könige und Königinnen da sind. Wenn ich es jetzt nicht mache, werden sie noch stärker. Nein, nein. So, spawnen und zerstört. Das waren jetzt drei Basen oder so. Oh, warte mal. Da haben wir was Tolles, oder? Die Giftkapsel. Tu die mal da hin. Mach mal. Oh, 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 oh. Jetzt laufen die da alle durch. Mach zwar nicht so, klauer, aber ein bisschen was kurz herrscht. Oh, meine schöne Munition. Oh, hallo nächste Basis. Wieso, es gibt noch die Erdattacke? Spawner kaputt. Spawner kaputt. Weg. Alles einsacken. Das wollte ich ja eigentlich eh machen in den nächsten Folgen. Bisschen Artefakte sammeln. Nur nicht so. Nur nicht so. Knapp. Aber ja, ich bin schon ein bisschen unvorsichtig, was sowas angeht. Ich achte halt immer nur auf den lila Ball. Oh, hallo. Sind ja alle ganz klein. Nur auf den lila Balken. Und ich reagiere erst, wenn er unter, keine Ahnung, 20% oder so fällt. So, jetzt rum. Und dann klappt das meistens. Weil selbst wenn er bei den Gans weg ist, habe ich ja noch meine Lebenspunkte. Und in der ganzen Zeit, wo die Lebenspunkte runtergehen, wo die Lebenspunkte runtergehen, regeneriert das Schild ja auch. So, runter, 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 runter. Was zur Hölle macht ihr da? Ihr wollt eine Basis bauen, ne? Nichts da. Okay, Jungs, ich habe gut was zu tun gleich. Hier. Hahaha, Kreuzfeuer. Und ich verbrauche keine Munition. Mach den König kaputt. Sehr gut. Repairpacks fehlen. Die wollte ich abliefern. Stimmt, habe ich vergessen. Turret Damage ist super. Schön, weitermachen. Wir laufen gleich einfach hier über Schlachtfels, haben wir die ganzen Leichen ein und machen daraus neue Kristalle. Und Knochen und so gedöns. Wobei für Knochen und Schietin habe ich jetzt nicht so wirklich eine Verwendung. In allzu naher Zukunft. Ich glaube, ich kann die Construction-Dinger jetzt schon abliefern. Da, da. Ähm, okay. Nein. Das war so nicht geplant. Hütte sich anders an als sonst. Ja, genau. Schön auf mich. Oh, oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017